Zypresse Beim Anblick der SU-Lehnartigen Zypresse, die sich schmal in den Himmel reckt, FHL-Themann sich sofort ans Mittelmeer versetzt, wenn man sich nicht sowieso schon am Mittelmeer auf WT. Die sich duftenden Zypressen sind nämlich in Begriff der Mittelmeerländer, obwohl die Zypresse ursprünglich aus Asien gekommen ist. Schon den Griechen der Antike war die Zypresse wohl bekannt und sie galt ihnen als wichtige Heilpflanze. Nahezu alle Teile der Zypresse sind heilhaftig und schon allein mit ihrem Duft kann sie Atemwegserkrankungen heilen. Hauptanwendungen Eckeltungen, Heilwirkung Antibakteriell, antiseptisch, Schleumel-Absatzzeichen sind, Anwendungsbereiche Husten, Bronchitis, Keusten, Asthma, Grippeleinfekt, Fieber, Darmenzündungen, Durchfall, Rheuma, Menstruationsbeschwerden, Wechseljahrsbeschwerden, Harmoiden, Afterjucken, Krampfadern, Schlechtheilende Wunden, wissenschaftlicher Name. Kopresse Sempervirens Pflanzenfamilie Zypresnisse, Kupressacee Englischer Name Cypress Volksmlicher Name Echte Zypresse, italienische Zypresse, Mittelmeerzypresse, Esuhlenzypresse, verwendete Pflanzenteile Zwiege, Fichte, Holz Inhaltsstoffe Teerische Leer Sammelzeit Zweige, Es bett Winter bis Jahr, Fichte, Mal bis Juni, Holz, ganz hirch Zypresse Zypresse kann man wahlweise als Tee, als Tinktur oder als Teerischüssel anwenden Tee aus den Zweigen F.A. einen Zypressenteeberg gießt man ein bis zwei Teelabsatzzeichen fehlt Zypressenzweige mit einer Tasse kochendem Wasser und D.S.S.T. in 10 Minuten ziehen Anschließend abzeihen und in kleinen Schlucken trinken Von diesem Tee trinkt man 1-3 Tassen täglich gegen Erkrankungen der Atemwege, z.B. Husten oder Asthma Auch gegen Harmoiden kann man den Tee der Cypressenblätter trinken Wie bei allen stark wirksamen Heilutern sollte man nach 6 Wochen Daueranwendung eine Pause einlegen und vorbegehend einen anderen Tee mit licher Wirkung trinken Anschließend kann man wieder 6 Wochen lang Cypressetee trinken Durch die Pause werden eventuelle unendste Langzeitwirkungen verhindert und die erwünschte Cypressewirksamkeit bleibt erhalten und der SST nicht durch Geweabsatzzeichnung nach Tee aus dem Holz Aus dem zerstoßenen Holz kann man auch einen Tee zubereiten Man LSST in eine Viertelstunde ziehen oder man kocht das Holz mit dem Wasser zusammen auf und LSST beides zusammen ziehen Solch einen Tee aus dem Cypressenholz kann man gegen Gehmutterprobleme und Dickdarmerkrankungen trinken Tee aus den Fichten Aus den unreifen Fichten, Zapfen, kann man einen Tee zubereiten, wie aus den Zweigen Die Fichte kann man gegen Erkältungen und Darmentzendungen einsetzen Auch zur Behandlung von Frauenbeschwerden sind sie geeignet Tinktur Um eine Cypressetinktur selbst herzustellen, bergießt man Zypressenzweige, Fichte oder Holz in einem Schraubdeckelglas mit Doppelkorn oder Weingeist bis alle Pflanzenteile bedeckt sind und LSST die Mischung verschlossener Fr 2 bis 6 Wochen ziehen Dann abseihen und in eine dunkle Flasche abfüllen Von dieser Tinktur nimmt man ein bis dreimal täglich 10-50 Tropfen ein Wenn einem die Tinktur zu konzentriert ist, kann man sie mit Wasser fütten Der Einsatzzweck entspricht der Anwendung der Tees Derisches L Die Anwendung des derischen Cypressenelles ist vielfältig Man kann das Cypressenell in Salben und Cremes einsetzen, beispielsweise gegen Krampfadern oder auch einfach, weil einem der Duft geeft LLT In der Duftlampe verbreitet die Cypressen einen nutzigen Duft, der die Atemwege desinfiziert und befreit Usserlich Usserlich kann man Cypressetee oder fertente Tinktur in Form von Umschlugen, Bädern oder Waschungen anwenden Mit dieser Art der Anwendung kann man als Sitzbad Harmoiden behandeln Cypressen hilft usserlich eingesetzt auch gegen Krampfadern und schlecht heilende Wunden Geschichtliches Von den PH-Absatzzeichen Nizien wurde die Cypressen aus Asien ans Mittelmeer gebracht Die Perser glaubten, dass die Cypressen der erste Baum im Paradies sei Anderen V-Absatzzeichen lkern gilt die Cypressen als Baum der Trauer, weshalb man sie auch hüffrig auf Fried-Absatzzeichen fernfindet Schon Hippocrates im antiken Griechenland verwendete die Cypressen gegen Schwindsucht, Tuberkulose Man brachte die Kranken in Cypressenwälder, damit sie den intensiven Duft der Cypressen einatmen konnten Außerdem wurden die Zweige und das Holz der Cypressen schon in der Antike gegen Gehmutter- und Darmerkrankungen verwendet Galen setzte die Blutten der Cypressen gegen Darmenzündungen und Durchfall ein Im Mittelalter wurden die B-Elter der Cypressen gegen Harmoiden verwendet Pflanzenbeschreibung Cypressen Die Cypressen kommt ursprünglich aus Asien und ist im Mittelmeerraumheimisch In Mitteleuropa gedeiht sie nur an besonders milden Stellen, beispielsweise im Kaiserstuhl am Oberrhein Sie WCHSD bevorzugt an sonnigen, trockenen P-Elzen Der Nadelbaum wird bis zu 30 Meter hoch, meistens bleibt er jedoch kleiner Die typische Form der Cypresse ist sehr schmal, wie eine Isulle Daher wird sie auch Isulenzypresse genannt Die Nadelblüder der Cypresse sind schuppenartig Der Duft ist tzig und balsamisch Aus den kleinen Blüten entwickeln sich zapfenartige Fichte, die bis zum Herbst heranreifen Punkt Sammeltipps Da die Cypress in Mitteleuropa sehr selten ist, darf man von fremden Pflanzen nicht einfach so ernten Entweder man fragt den Besitzer oder man pflanzt selbst eine Cypresse an Von Cypressen im eigenen Garten darf man nattlich ernten Im Esspätwinter oder zeitigen Jahr, wenn die Esfte beginnen zu steigen, kann man die Zweige ernten Die Fichte erntet man, solange sie noch weich sind, also zwischen Mai und Juni Das Holz kann man ganz ruhig ernten Die Fichte erntet man mit dem, das ist noch nie Die Fichte erntet man, solange sie noch nicht mehr Die Fichte erntet man, solange sie noch nicht mehr Von Typen November